Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Battle 4 3 Wir sind endlich mal, ähm, Rush-Angreifer nach drei, vier Runden oder so Perfekten Ping habe ich, 100, äh, 94 Ja, klar, Standard Ich bin schon bei Alpha Nicht nicht Geht's immer noch, oder was? OP Ja, irgendwie heute sind meine Ladezeiten echt so arrisch Was war los? Hallo, beliebt? Jetzt Zeit Hab einen granadiert Hab Alpha Gut Äh, Dominic, warum hast du aufgehört? Hä? Domi 9719 hat aufgehört, Battlefield 3 zu spielen Ist ein Fehler aufgetreten Das heißt, ich komm jetzt wieder rein Scheiß Bin ich Support Leader? Ja Ich krieg dann gleich einen Sack, wenn's geladen hat Hm Hm Ab, ein Headshot Ich komm nun nicht zu B Okay Wo, welche ist es denn? Nubigste Ja, mein, der will nur dann den Kick mal gleich mal Hallo, Rauswurf Jetzt Jetzt So, als wieder Platzfragen Gut Funkstation angegriffen, 25 Watt Hat ja noch nie Rush, großer Bazar? Ja Ja So, er stand drinnen, natürlich gewechselt halt Wir sind jetzt Angreifer Endlich Mal Und wie gesagt, noch drei Runden Wir schaffen es nur nicht B zu holen Da war sie gleich dabei Sag, wenn ihr geladen habt Ja Warte Jetzt Ich bin schon bei dir im Support Oh ja Da ist nicht Was sind die hier noch bei... Ah Fuck Das hier mal Ja, hat nicht Gar nicht Hab ihn Gut Alter, um die Ecke, um die Ecke ist Salesforce Ja An Das sind die Ecke sind schon Trächtig beleben Probieren Achtung, Scharfschätze, Seinsicher Gerade Bin tot, SKH Kannst mich holen, ich lieg da Wo ist der SKH, Schätze? Auf der Straße Ja Er hat mich Gerade Warte Damage bekommen Gutes Auto Gute Mich A A A A 91 Ja, PP2000 Ich wollte noch mehr sein, aber egal Im Gang ist ein Sniper Und ja, noch andere halt nicht nicht bleibt stehen bleibt stehen wird also wenn da alle sind kann ich einfach zu alfa lass mich bitte alpha schaffen du bist du ich bin gleich hinter dir ja macht scharf die punkte scheißegal so jetzt muss er jetzt hier team b holen und dann ab 1 ich habe blick auf die ganze straße und es ist noch keiner gekommen ab nach b würde ich sagen wird beschossen von der straße aus ok aber ein strenger strengladung fail mich liegt da so von m 416 auf dem dach oben ich bin gemestert worden fast zum der ist runtergesprungen ja er hat mich jedes war ein anderer der mich gekillt hatte auf jeden fall die bombe ist hochgegangen so ich wurde nicht belebt natürlich nicht ich auch nicht ich erwarte es von den ganzen pennern viel zu früh haa ich habe ihn geheadshotet der uns umgenietet hat platz da äh wo müssen wir noch gehen versorger toter versorger mit granate hier ist ein medik was auch ab ab in achtungen wo es da noch einer genau hinter uns er ist noch zwei hinter uns aber ich sehe ein und eine halben Abend die lagen kisten drin was zum mal unser Panzer ist mal wieder richtig die ich bin schneller als er wenn wir hin vertreten ins gebäude er versucht nicht von der straße zu kommen straßenverkehrsordnungen sind welche ich habe noch nicht ganz so wird das war sich auch da er hat mir ja kreis kreis sieben ist Prozent sieben die u aber mich kann auch keiner wieder wenn ihn lassen mich könnte man locker wiederbeleben ich bin auch in der wand mich auch ich liegt auch an der seite aber macht ja keiner ich würde so gerne jetzt im gesperrfeuer machen machen und dann im 60 ich nehme ein 240b habe ich einen auftrag noch sich bin er holen uns die von hinten können wir machen achtung ich habe auch dort da kommen hier auch nicht jetzt kommen wir durch Nene ich meine diese durch die hinterlösen kommen in der Kampfgebiet teilt ich weiß noch nicht ob man das ist mögliche Absperrungen ja und ich habe sie ich komme überall durch ich könnte sie viel um die Ecke schmeißen Prozent Prozent wobei es gar nicht nötig ist Prozent wir sind fast durch den Tunnel in der Mitte durch in der Ecke in der Ecke H2 ich habe Hilfe bei Kill von der Seite Placiere C4 weiß das was ich jetzt hier gerade mache ist weins dann selbst moh aber es hat gezogen ich bin ich bin nach B durch das war Ausrüstung das war okay ich habe jemanden gekillt und er sagt mir das war Ausrüstung keine Ahnung wo du ihn bist aber du musst es lieber wieder herlaufen sind die behindert schaffen es einfach nicht lol jetzt habe ich irgendwie richtig gefältert können der Mensch anscheinend bekommen das nebert mich halt du bist guten Selbstmord gemacht was überlebt von einem Headshot bekommen gerade aber noch vier Prozent gelaufen 0 Prozent Wart mal Wart mal nicht muss eine Waffe sieb der soll ich habe er noch nicht gefunden die war ein bisschen verpackt los ab nach A oder B ist mir scheißegal ich habe da eben einen Sniper oder so auf der Map gesehen wo ist der hin? hier kommt eine Munition Achtung die Ladung wurde gesetzt scharfschütze hat betroffen und Skaha und ich habe den Scharfschützen Achtung Skaha Schütze kommt Level 14 hat noch 43 hat sich sofort Headshot obwohl ich ihm auf den Kopf geschossen habe Standard aber sie kriegen es niemals wieder hin Funkstation zerstört fuck you nicht dass ich gerade Funkstation ach so ich habe schon gesehen gemessen aber du Achtung Feinschütze ich spür's wow dein Team hat gewonnen 14,8 naja war jetzt nicht gerade die berauschendste Runde äh 9,6 schön Punkte einkassieren ja aber endlich sind wir mal Angreifer gewesen also ich würde mal sagen wir gehen mal und bis dann tsch wir machen jetzt Feierabend haut rein jo tschö tschö Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.